Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles. So, wir machen weiter mit der Quest Geheimnisvolle Notiz. Dann wollen wir doch mal schauen, ob wir hier irgendwas finden von der Geheimnisvollen Notiz. Es sollte eigentlich 196 Meter geradeaus sein in der oberen Ebene. Da müssen wir jetzt mal schauen, ob wir dort was finden und wie wir auch dort hochkommen. Aber ich denke mal, wir müssen dort oben durch irgendwie. Das sehen wir jetzt aber gleich, würde ich sagen. Recht verwinkelt, das ganze Gebiet hier. Komm mal, komm mal. Jetzt bin ich wieder falsch. Mein Gott, wo geht denn das hier lang? Ich schätze, das wird da oben. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir irgendwie rum können. Aber hier geht es ja bloß wieder runter eigentlich. Schauen wir mal auf die Karte, ob wir irgendwo eine Schnellreise... ...Schnellreisepunkt haben. Davon wird nichts sein. Das ist ein Rumpf. Das ist das Einzige, wo wir schauen könnten, dass wir über dem anderen Tor rausgehen. Dass wir dort oben rauskommen irgendwie. Hier wird es runter, war ich da unten schon? Ja, da war ich schon. Dann kann ich nämlich hier auf der anderen Seite auch noch rausgehen, glaube ich. Aber erst für mal schnell die Gespräche hier. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Okay. Schauen wir mal dort oben raus. Das sieht doch, glaube ich, schon besser aus. Kommen wir der Sache jetzt auf jeden Fall schon näher. So, fufft später noch. Und das ist auch oben. Zeig mir mal oben an. Das muss hier oben, genau über uns drüber sein. Diese blöde Blümer, der geht mal wieder weg. Aber klar ist, wie die Pullen wieder. Weil ich immer alles pullen tue. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Was soll denn das sein? Ich verstehe das nicht. Was ist denn hier? Was ist denn unter uns? Hä? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist hier unten oder was? Was ist hier unten? Das ist hier aber auf der Karte, aber auch nichts. Was ist dort hinten? Was ist hier unten? Das muss... Das ist irgendwie auf so einem Felsen drauf oder so? Ach dort, wie komme ich denn da rüber? Wie komme ich denn da rüber? Ich komme hier gar nicht rüber. Kann man von hier oben irgendwo runterspringen? Da bin ich denn draufgeleitet? Nee. Da kommen wir ja gar nicht rüber. Das geht doch gar nicht. Da bin ich. Da bin ich. Da bin ich, wo ist. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da kann man sie wegmachen. dass es praktisch ein bisschen geflutet wird aber wie soll ich den Wasserpegel hier ansteigen lassen? das ist ein wasserfall hier ist doch nicht Nee, hier ist nix. Okay, hier geht's nicht weiter. Kann man hier was machen? Oder ich brauche da ein gewisses Talent vielleicht noch, dass mir das einfach noch fehlt, dass es noch gar nicht funktioniert jetzt. Was haben wir hier? Ich liebe Fischchen. So schnitzig und süß. Was haben wir hier? Ich liebe Fischchen. So schnitzig und süß. Okay, hier ist aber auch nix. Das sind ja irgendwelche komischen Geheimwege. Gehen wir mal hier oben lang. Vielleicht gibt's da irgendwie noch einen Geheimweg oder so. Oder mir fehlt irgendein Talent oder sowas. Dass ich da jetzt noch gar nicht hin kann. Keine Ahnung, irgendwelche Mega-Sprungschuhe oder sowas. Hier ist ne Kiste, die haben wir übersehen. Hier oben war ich aber doch schon. Hier ist aber auch nix. Hier kommt. Hier kommt. Hier kommt. Hier kommt. da hinten wird es weitergehen kommen wir schon mal hier durch über zwei milliarden Viecher in welcher Begriff was ist das hier? ah, hier ist ein... Was ist das? Nein! Können wir uns doch wieder hochporten? Wo sind wir jetzt? Wir sind hier. Seelengipfel. Hier müssten wir eigentlich... Wir porten mal hier hin. Vielleicht müssen wir da irgendwie springen oder so. Von dem Wasserfall abspringen? Lass uns gehen. Ah, ich glaube, da sind wir auch schon ein bisschen zu weit. Dort müssen wir runter. Aber jetzt schauen wir trotzdem nochmal hier rüber. Ob vielleicht sie irgendwas finden können oder so. Okay, wir gehen jetzt mal runter. Gehen wir nicht in den Wasserfall rein. Vielleicht können wir ja irgendwas fluchen. Irgendwie muss es ja funktionieren. Das kann ja nicht so schwer sein. Oh, jetzt muss der genau da hin rennen. Okay, hier ist der Wasserfall. Na, ist ja klar. Das kann ich jetzt hier, hier erwischen. So. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwas machen können. Das ist auch ein Wasserfall. Das ist auch ein Wasserfall. Waserelement. 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 Schauen wir nochmal. Was brauchen wir dafür noch? Okay. Okay. Verwendet tauchen Items aus Thomas Lieblingskategorie Fleisch. Es ist wie sicher Halin und Kalin-Huparin in Uriah. Okay. Moment, überhaupt nichts drin hier. Okay, hier geht schon mal nix. Okay. 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 So, wenn ich jetzt hier reinhüpfe... Oh, ich geh nie wieder raus wahrscheinlich. Boah! So, jetzt probieren wir es aber noch einmal, würde ich sagen. Wenn es dann nicht klappt, dann klappt es ja nicht. Ich glaub nämlich nicht, dass ich hier springen kann in dem Wasserfall. Da springen könnte er eigentlich. Springen könnte er? Ja! Geschafft! Gut. Erhalten. Verborgenes Messer. Ganz schön verborgen. Damit wollte wohl jemand die Truhe aufhebeln und hat es dann aufgegeben. Moment, da steht was auf dem Griff. Wohlstand und Glück für Erebus, meinen lieben Enkel. Scheint ein wichtiges Messer zu sein. Und falls wir hier jeden Besitzer finden, fragen wir mal, was die Inschrift bedeutet. Sehr schön. Dann haben wir die übrigens noch abgeschlossen. Träger gebraucht. Okay, das ist schon aufgehebelt. So, dann schauen wir doch mal, was steht jetzt an. Suche den Besitzer des verborgenen Messes in Uraya. Okay, Uraya ist groß. Schauen wir doch mal. Vielleicht zeigt uns hier schon irgendwas an. Da wäre ein Harmoniegespräch. Okay. Ein Garfund, das können wir später machen. Okay, hier wäre das. Aber wir gehen jetzt erst schnell nach, äh, Garfund und machen dort das Harmoniegespräch, würde ich sagen. Und dann machen wir mit der Questwelle. Diese Egel hier unten. Entschuldigung. So, okay. Okay. Was Mücken. Was Mücken. Dieses Harmoniegespräch erfordert die folgenden Charaktere. Charaktere. Aktiven Klingen. Neera, Pyra. Super. Okay, dann muss ich es nachher machen. Wir schauen mal. Wir schauen mal, ob wir übernachten könnten. Wir können auf jeden Fall aber, ob wir da ein Level machen können. Okay. 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 Wir gehen. Wir sind schon von mir. Woh. Wir sind Korre. Wir sind gerade ganz gut. Wir sind die Rundgeist. Wir sind in der Kiste. Wir sind so, ein G80er G blast. Wir sind in der Karte da. so ein potter mal hierhin so kommen überhaupt doch hoch wenn ich wieder mich ich bin ich sicher bach aber manche gefunden er was Sackgasse So Erebus, sprechen Ich grüße euch Welch schicksalhafte Begegnung Wird ihr mir wohl kurz eure Ohren leihen? Mein Name ist Erebus Meines Zeichen Schatzsucher Bereits mein Großvater durchstreifte Allrest auf der Suche nach Reichtum und Ruhm Erebus, derselbe Erebus Der auf dem Messer hier erwähnt wird Wir haben schon nach dir gesucht Ich hab nach mir gesucht? Hier, für dich Wartet, sag nichts Dieses Messer, das ist doch nicht etwa Damit wollt ihr mir die Kehle aufschnitzen, nicht wahr? Und anschließend macht ihr euch Mit all meinen Fundstücken und Großvaters Schatz Aus dem Staub Hab ich recht? Hä, was? Aber daraus wird nichts Großvater sagte immer Ich solle stets vorsichtig halten Vorsicht walten lassen Wie weiß ich, er doch war Willst du jetzt kämpfen gegen mich, oder was? Geh, oder? Na komm Na komm Das ist ein Das war's für heute. Spinnig, Kata! Armacrusha! Was ist das? Why not? Evo, let's go! Napane, Juna! I shall defend you for the last minute! Let's go, that's it! Thanks for the support! We'll be there! Well now, how's this? Let me out! Great! Did I do that? Jaguar Flush! Poppy will love to start! The support! Just so! Spinnig! What a raver! Seast it! Armacrusha! Why not? Everyone's getting psyched! Spinnig! Gatling fire! I can't protect more! And destroy! Thanks Poppy! Spinnig! So! Ich bin jetzt beruhigt! Soll es etwa gewesen sein? Doch ihr werdet keinen Finger an großen Schatz legen! Das schwöre ich euch! Kostet es auch mein Leben! Also, die Sache ist so! Ach was! Ich hab bloß ein Messer gefunden, auf dem mein Name steht? Entschuldigung! Nein, ich bin es! Ich habe die Situation wohl vollkommen falsch angeschätzt! Als Schatzsucher hatte ich schon öfter traumatische Begegnungen mit Leuten, die mir erst freundlich begegnen! Doch kaum erwähne ich einen Schatz, packen sie die Gier und sie wollen mir an den Kragen! Ein wahrer Albtraum! Das ist schlecht! Fies, bös, schlecht! Danke! Keine Sorge! Ich komme schon klar damit! Schon mein Großvater sagte immer, das Schatzsucherleben ist ein Drahtseilab! Man schwebt einfach ständig in Gefahr! Ach so, eins noch! Das Messer, das ihr mir geben wolltet, das war ein Geschenk vom Großvater! Ich wollte damit die zweite Schatztruhe öffnen! Ich habe es dabei verbogen! Zu viel zu Wohlstand und Unglück! Nicht mal die dumme Truhe habe ich damit aufbekommen! Jedenfalls ließ ich von der widerspenstigen Truhe ab und entdeligte mich noch vor Ort des Messers! Ach, so ist das! Und nun habt ihr, Meister, es mir wieder zurückgebracht! Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll! Vielleicht hat irgendeine höhere Macht uns zusammengeführt! Wie die Mach sei, ich muss ihn weiterziehen! Bis zu meinem nächsten Ziel liegt noch ein langer Weg vor mir! Es wird Zeit, meine Sammlung seltener Schätze, um ein paar antike Nopon-Relikte zu erweitern! Cool! Und es steht euch, mich zu überholen, um die Kostbarkeiten selbst einzuheimseln! Das war's jetzt, oder wie? Okay, scheint nichts mehr zu sein jetzt! Außer da hinten ist noch ein Ausgrabungs- Sammelpunkt, den hören wir uns natürlich noch! Was haben wir hier? So Leute, ich würd sagen, dann machen wir aber in der Stelle schon einen Cut! Das sind wir doch schon wieder knapp 30 Minuten! Hab mich sehr gefreut, dass ihr eingeschaltet habt! Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über Support freuen! Also Like, Kommentar, Abo, wie ihr lustig seid Leute! Würde mich alles sehr sehr freuen! So, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder! Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf meinem Kanal! Ciao, ciao! Euer Andi! Bis dahin! Bis dahin! Untertitelung des ZDF, 2020